Herzlich Willkommen zurück zu Monster Hunter Generations mit Lu. Hallo. Mit wem sonst? Mit Lu. Vielleicht hast du neue Freunde gefunden. Den kleinen Jungen zum Beispiel? Neue Freunde. Set ausrüsten. Wo ist meine... Silberwind war das, ne? Ja, genau. Die ist ja auch noch nicht fertig. Egal. Da war ja was. Ich werde nie fertig sein. Das ist ein Goddammit. Ich werde nie fertig sein mit dieser Rüstung. Never. Habe ich noch Sprinze? Jawoll. Hast Bomben habe ich auch dabei. Och ja, da war ja was. Nein! Nein! Geh weg mit den Bomben! Nein! Der Düsterklauen Stammfahrer. Was brauche ich denn dafür? Düsterklauen. Achso. Geht logisch. Ein Megahelm. Ich kann meiner Katze Megaman machen. Kannst du das? Die Rüstung sieht so doof aus an der Katze. Oh mein. Oh nein. Oh nein. Das ist blöd. Megaman. Kennst du das Titel lief von Megaman? Nein. Von der Zeichentrickserie? Nein. Das habe ich jetzt die ganze Zeit im Kopf. Gut, dass ich das nie geguckt habe. Aber... Megaman. Das war cool. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe Wuster und Orakel getrunken gegessen und ich werde jetzt umfallen. Hallo. Ah, der macht sogar Megaman Geräusche. Wow. Er macht wup, 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 wup. So, was macht man denn jetzt? Oh, was schweres. Was schweres? Was richtig schweres. Richtig schwer? Was richtig schweres. Machen wir jetzt. Ich erfülle die Anforderungen für diese Quest nicht. What? What? Ne, die machen wir nicht. JF4 und höher. Keine Rüstung oder Talismane. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Die machen wir nicht. Ich wollte ein Ferus Mam. Warum ist das ein Ferus Gamow? Alter. Holy fuck. Gut, dann machen wir den jetzt. Meine Waffe ist nur gut mit Rüstungseffekten. Das ist also Talisman, oder? Was hast du jetzt genommen? Ein Guamagala auf dem verbotenen Turm. Okay. Oh, ist das Ferus? Ne. Doch. Ne. Das hat aber diese Zacken. Ah doch, ist Ferus, ja. Gab es nicht auch ein... Ich glaube mit der DLC kam auch ein... Ach scheiße, das kann ich nicht mehr gucken. Ein Amatsu kam glaube ich auch mit der DLC. Noch einer. Mhm. Null Bären hat man da genommenst, ne? Ach ja. Weil man schlecht war, so wie ich. Ich hab mal welche dabei, sehr gut. Kalt und heiß Getränke brauchen wir ja nicht. Aber die beiden sind weggelaufen. Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Ich dachte schon, die haben Angst. Als ob. Guck mal, wie cool ich jetzt aussehe. Ich seh cooler aus. Mein Megaman ist cooler. Ich bin viel animer als wie du. Als wie du, aber ich hab weiße Haare. Als wie du. Eigentlich seh ich aus wie du, nur ein bisschen anders. Ich könnte meine Haare auch weiß machen. Wenn ich das glücklicher mach. Aber... nein. Oh, Maggi. Ja. Das ist der Anime, den ich letztens angefangen hab. Junge mit Turban. Junge mit Turban. Ich glaub, das ist der Anime, den ich letztens angefangen hab. Ja, die kooperieren doch immer mit so Animus. Oh. 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 Auf einmal ist die Quest viel interessanter. Wie ging das nochmal mit dem Bogen? Achja. Aha. Dann so. Wie hab ich das nochmal aufgebracht? Hä? Oh Gott. Moment. Ah, so. Genau. Okay. Jetzt hab ich's wieder raus. Alles klar. Jetzt kann ich auch runterspringen. Okay. Wo hab ich mein... Ich lief da gerade. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder Bogen spielen. Jetzt kannst du das. Ja, jetzt hab ich die Steuerung wieder. Ah, ich bin jetzt Bushido. Ich bin jetzt Bushido. Stimmt. Oh Gott. Obwohl Ariel Bogen ja auch lustig ist. Ich kann nicht dazu, dass Rex hier anzugreifen. Der ist halt ein bisschen aggressiver als sonst, ne? So, holen wir uns mal einen Tranky. Oh Gott. Wollen wir uns mal den hier? Oh Gott! Wer mich nicht getroffen hat. Achso, er reitet ihn. Okay. Ähm, ich wollt nicht rein. Alter, macht der Damage. Ich muss ihn angreifen. Alter, macht der Damage! Komm, bin ich doch jetzt Bogenschütze. Ich geh doch jetzt schon so schlecht an. So. Okay. Alles klar. Bin jetzt voll dabei. Alles gut. Alles klar. Okay? Ja. Okay. Du gott nur ein bisschen konzentrated. Okay. Ja? Das ist ja kein schlechtes Zeichen. Nein. An sich. Für die YouTube-Folge allerdings so ein bisschen doof. So. Kenn nicht. Das Gefühl. Dann kann ich halt auch Gameplay only hochladen. Oh Gott, nein. Ich muss nur an die Nase kratzen und dann... Oh Gott. Nase kratzen ist nicht gut. Nee. Ist richtig. Eilfeuer habe ich. Was für Eilfeuer noch? Ach ja, genau. Schnellschuss? Nee. Jein. Ich bin schneller halt allgemein. Oh. Ich schieße nicht schneller. Ich bin schneller allgemein. Ach so. Okay. Ich bin schon wieder mounted. So. Hervorieren wir mal ein bisschen. Oh Gott. So. Ich muss mal auch mal einen cooleren Bogen besorgen. Aber eigentlich ist das ja... Ja, der Bogen ist doch voll cool. Eben. Das ist ja eigentlich schon der Beste somit. Oh. Wurde noch nicht einmal verseucht. Aber das ist der Vorteil am Bogen. Muss halt nicht an ihn ran. Wow. Du kriegst doch auch nicht den Bach. Da hat jemand guckt. Ja. Ich habe es gehört. Was? Hast du das Fenster offen? Nein. What the fuck, Alter? Das Mikroßen ist so empfindlich. Du bist hier hingehört. Hm. Ich habe es nicht gehört in meinem Zimmer. Nur bei dir. Das habe ich schon gedacht. Da hat er wieder die Fühler draußen. Der kleine Schlawiner. Der Schlawini. Der kleine Schlawiner. Was willst du von mir? Oh Gott. Er wollte echt was von mir. Oh. Oh nein. Oh. Hey, Feuer. Zweite Mal. Nebenquests erfüllt. Nebenquests erfüllt. War das die Fühler abhauen? Ich glaube schon. Oder ist gerade der Schwanz abgegangen? Ich weiß nicht. Nee, die Fühler sind. Nee, der Schwanz liegt hier. Also eins von beiden. Vielleicht auch beides. Man weiß es nicht. Weil die Fühler sind ja auch weg. Instant. Wie instant. Die Fühler waren auch weg danach. Ja, das hatte einer immer auf den Schwanz kam und einer immer aufkommt. Ich habe viel auf den Schwanz kam. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Habe ich auch nötig. Ich habe gar keine Schlafviolen dabei. Oder? Ich habe auch keine Bomben dabei. Ich habe Bomben dabei. Oh nein. Shit. Ja, du weißt, was ich jetzt ausrüste. Nein. Oh, ist in der Falle. Oh, ich muss hier weg. Wow. Okay, alles klar. Ich muss mich heilen. Oh, mein Mann, sie juckt immer. Immer beim Monohund spielen. Immer beim Monohund spielen. Sonst nie. Ist nicht okay. Die schlagen mich immer ums Mounten. Ist unglaublich. Stopp. Oh. Fuck. Oh. 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 Was macht Ä co Sydney da? Was macht ein Matros da? Ich we substances. Ich was nicht, wie sieht aus wie ein Teabacken aus. Boah. Geil. Das war irgendwie nice. Es ist ein Schwanz nach außerdem. Lub lub. Das war irgendwie voll geil jetzt. Ja. Und in der Fatte war es irgendwie. So ein bisschen traurig, wenn man drüber nachdenkt. Dass wir den auch so hätten machen können eben. Ja, als du das arme Monster weißt du, so eingeschläfert und dann kriegst du einfach so Bomben vor das Gesicht. Ich feier das ein bisschen, dass ich das genau richtig getimed hab. Das ist voll geil. Das war im Wiener Sette Style, ey. So ein stylischen Kill hat man, obwohl doch, dein Käferkill war auch schon ganz cool. Mein Käferkill? Du hast ja auch schon ganz oft Käferkills gemacht. Ja, das ist halt immer Zufall. Ja, das war doch auch Zufall. Was will er da hinten? Ist er was? Weiß nicht. Da kommt man was sammeln, oder? Wieso krieg ich hier Rage against the Machine? immer im Foo Fighters Radio. Finde ich nicht okay. Foo Fighters Radio heißt nicht, dass du nur Foo Fighters bekommst. Ja, aber warum krieg ich da Rage against the Machine? Es gibt ne Magi Münze. Vielleicht kannst du da an der Katze einen Turban aufsetzen. Oh, ich hab drei Magi Münzen. Jetzt krieg ich Spin-Doktors, das ist gleich viel besser. Killing in the name of du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich weiß nicht, ich hab's weggemacht, weil es mich genervt hat. Ah, das ist schon ein gutes Lied. Das war nicht gut, das war nicht gut. Nein. Killing in the name of du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Guck mal, was man mit Magi Münzen machen kann. Ob man der Katze jetzt einen Turban aufsetzen kann. Vielleicht sieht's ja auch aus wie Doremi, man weiß es nicht. Oh mein Gott. Doremi DLC. Confirmed. Bitte. Nichts. Ja. Why not? Aber es gibt für Magi keine Rüstung. Vielleicht ist es eine richtige, eine Menschenrüstung. Es kann sein. Oh, ich seh aber nichts. Ich weiß nicht. Das war ne Hinrichtung. Äh. Äh, ne Rüstung hast du nicht gesehen. Hm. Nein. Ist es vielleicht ne Waffe? Hm. Es gibt aber so viele Waffen. Was ist denn in dem Animus so ne Waffe, die man da so... Ich hab erst drei Folgen oder so geguckt. Ja, aber sie muss ja irgendwas Markantes haben, was du von der ersten Folge an... Ne, da hat er eigentlich einfach nur Leute getreten und geboxt. Getreten und geboxt. Dann sind's vielleicht Doppelklingen. Oder ein Hammer für die Katze. Warte mal. Das ist... Es geht darauf hinaus, dass er halt so ein Seefahrer wird, glaub ich, aber halt... Mehr weiß ich jetzt auch nicht so recht. Hä, was? Oder... Müssen wir irgendwie noch mehr... Ich hab drei Münzen bekommen. Das kann er irgendwie nicht angehen. Huh. Wie hieß der DLC? Magi? Magi. Irgendwas. Äh... Was ist der Vorteil, dass sie im anderen Zimmer sitzt? Die kann einfach... Google. Monster Hunter Gen DLC. Wie viele neue Waffen hier sind. Hm. Yugi-Oh. Gibt's auch. Die haben wir auch, die Quest, ja. Magi. Rescue from the fall. Äh, es ist ein Insektenkleve und ein Großschwert. Äh, what? Okay, Moment. Interessant. Ausrüstung, Schmieden, Waffen schmieden, Großschwert. Das hab ich gerade nicht gesehen. Vielleicht, weil ich immer noch keine Teile dafür habe. Amol... 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 Uh, das Schwert sieht hübsch aus. Das ist so schwarz feurig. Die Bläfe ist dann bestimmt auch so feurig. Die Bläfe heißt... Aladins Zauberstab. Aladins Zauberstab. Und ist voll hübsch eigentlich. So ein Eulenstäbchen oben. Oh. Brauchst du noch gar mal geiler Rückenpanzer? Hab ich vier Stück. Ich mag, dass der Käfer halt so viele ganz kleine Käfer sind. Dann hast du halt so ein Skin für deinen Käfer. Und der Käfer sieht immer so aus. Aber die hat drei Slots. Affinität 15%. Und, äh, Lehm drauf. Das ist nicht Lehm, das... Lehm. Das ist Lehm? Das ist Lehm. Oh, okay. Ne, Blitz einfach. Stimmt, hast recht. Das ist einfach Blitz. Okay, doch. Ja, weil ich war grad... Elementblitz, ja, ja. Moment. Wie sieht ein Lehm aus? Ne, ist Blitz nicht Lehm? Ne, Lehm ist dieser Doppelblitz. Ah, okay. Ja, Lehm ist der Doppelblitz und der einfache mit dem Pfeil... Genau. ...ist normaler Blitz, ja. ...ist Blitzschaden. Dann ist der ja eigentlich ganz cool, der, 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 die Gläfer, ne? Hm... Alle Eigenschaften... Ich hab' ich irgendwie cooler. In Kinsektfähigkeit, alle Eigenschaften plus eins. Extraktfähigkeit, R, G, O, W plus eins. Alle Blitzschaden. Okay, das... Ähm... Ich wusste nicht mal, dass Kläfen sowas haben. Wow, what the fuck? Vielleicht ist das neu. Extraktfähigkeiten plus... Oh, oh. Ah, das haben nicht alle. Das haben nur manche. Hier... Einige haben gar keine. Hier, diese alle, die ihn schnappert hat... Das wusste ich gar nicht. Oh nein, das ändert alles. Oh nein! Guck mal, Kinsektfähigkeit plus zwei hat der Bestiensperr zum Beispiel. Gewicht plus eins, Bewegung minus. Und danach kannst du dein Kinsekt auch noch ausrichten und so. Krass. Ja. Okay, dann hätten wir das geklärt. Was soll denn Bewegung für ein Ding sein? Jetzt hab ich Lu wieder ne Lebensaufgabe gegeben. Oh, jetzt bin ich aber verwirrt. Der hat neue Sachen gesehen. Oh nein! Tausend Stunden in Mon-Hund und dann sowas. Das haben aber ganz viele gar nicht. Ja, das haben nur Besondere irgendwie. Haben das nur die, ähm... Die DLC-Dinger vielleicht. Die DLC-Dinger. Ja, der Bestiensperr hat es nämlich auch. Und allerdings... Nächstes Opfer wird... Ja, Tobi, warte. Wir nehmen auf. Wir müssen hier, wir müssen hier, äh... Dinge klären. Wir müssen Dinge klären. Äh, du willst Yu-Gi-Oh! haben. Ich? Und bei mir ist das wohl enden. Wollen wir jetzt die Yu-Gi-Oh! Quest? Ich hab Yu-Gi-Oh! nie geguckt. Und noch nie gespielt. Ich kann die erste Staffel mal und dann wird's langweilig. Das ist ein Shagaro Magala. Oh, cool. Ich hab nur Doremi geguckt. Na, habt ihr's, Leute. Doremi. So, Lassi. Das war gut, der Shit. Der wird schon... Was denn? Liebst du den Magala, ey? So aggressiv hier. Ja, ist so, ey, Tobi. So aggressiv. Wir müssen, wir müssen mal reden. Matrus ist auch Probe gegangen. Äh, okay. Tja, Lu, dann musst du wohl bald mal Bayonettforschung betreiben. So über die Feiertage kann man das ja immer machen, ne? Ich hab keine Bomben dabei. Egal. Nice. Ja, das ist... Ich hab ein paar Sachen hab ich so... Hier, ich hab auch... Äh, lass knacken. Danke. Okay, ups, gezettet. Entschuldigung. Ein gecapslocktes Nice hast du eingespeichert. Ja. Gut. Es muss ja auch Nice kommen. Prioritäten. Prioritäten. Ja eben, es muss ja auch gut rüberkommen. Wenn ich das schreibe, müsst ihr euch immer ein Nice vorstellen. Oh Gott. Wichtig ist das... Vorher. So ekelhaft, ich hasse das. Warum? Das klingt jetzt ein bisschen kacken. Ja eben. Nein. Oh. Nice. Ah. Ein kleines Nice wäre. Nice. Das find ich besser. Oh, er steht direkt am Eingang. Ja. Ich hab mich auch voll erschreckt. Nice. Was? Das geht zur Seite auch. Hm. Das wusste ich nicht mehr. Nice. Okay, ich lass es. Aha. Ist okay. Alles wird gut. Solange du wild bist. Wie er dem schon reitet. Jetzt mach ich mit meinen Elementdingern noch weniger Schaden. Sogar keinen. Geht doch. Geht doch. So. In your face. Not in your face. Was? Mach the boom. Okay. Hm. Der schreit. Unangenehm. Und Bodenbums macht er. Huch. Huch. Das für ein Sidestep. Huh. Das Schöne ist. Wo bin ich? Oh Gott. Eine Explosion. Du stehst mittendrin. Du bist mittendrin statt nur dabei. Oh nein. Oh nein. Ich will aber nicht. Ich will nicht drin sein. Gott, der hat mich einmal angestuft und ich bin halb tot, Alter. Mhm. Oh nein. Ach, danke. Nein, ich will da nicht reinrollen. Ach. Ich war da nicht reinrollen. Was? Ich wollte da nicht reinrollen. Ich hab verstanden. Ich war da nicht reinrollen. Ich war da nicht reinrollen. Okay. Klitsche. Och, come on. Hast du auch, wo du hintrittst, Großer? Ich will dich mounten, Baby. Yes. Mein Mount. Liebe Burgen, Mount. Gott dammit. Gott dammit. Weißt du, die mit der Klebe war noch nicht einmal drauf. Aber der Burgenschütze, der muss drauf gewesen sein. Okay. Nebenquist. weiß nie was die neben quest ist irgendwas zerstören wahrscheinlich achte auch nie drauf ich ständig liegt war trotz carrie zu hart wirft die ich habe den auch voll angegriffen ist ja okay alter was war das denn ich habe sicher gegessen wenn ich einmal sterbe ist alles gut im moment ist kann jeder sterben ist egal ja der der zuerst hier verbraucht den okay ich muss mich mal heilen wussi rock wussi rock wussi rock ist zu weit weg das war gut den meinst du muss mal kurz was in meinem bogen stecken jetzt bitte runter kommen warum kann ich jetzt so metal stuff weil du im foo fighters ding bist das hat doch auch nichts mit metal zu tun warum jetzt ist es wieder nicht metal das ist doch ein komisches lied ich dachte der schläft ein wie du stöhnst oh man ich höre das nicht oh shit schläft oh nein oh mein gott nein ist er umgefallen ich glaube nicht ich glaube ich das ist ein ich glaube es war Lou Robiou weil Lou ist auch noch so rumgeschlitzert ja äh ich habe ein bisschen zu lange noch ich war halt noch in der animation drin ich konnte die oh oh aber da war er halt noch so am runterfallen also da hat er noch nicht ganz geschlagen ist eigentlich lebenspulver dabei okay wow ja habe ich ich gehe da raus das muss ich jetzt machen what the fuck schläft doch gar nicht ist egal er kommt gleich hat sogar geklappt im schlafen sieht aber mir schaden ja aber er schläft nicht kann ich mal aufhören die so auszuresten oh 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 gott hm ich möchte sie stopp huh meine natürliche erholung ist wieder normal das ist nicht gut hm oh nein du bist fast tot ja danke hm oh mach wieder bumm ach verdammt noch eingesprungen ist das fast explodiert und nein okay ich habe da gerade fester hingestellt doch eins ist explodiert ne doch nicht ich habe ihn auch angesprungen ups ich habe nichts gesehen habt ihr echt nicht glaube ich so Shagaru Magala Rückenpins ich habe eine umarmung ich habe eine umarmung rückenpins bekommen rückenpins bekommen von wem ich habe eine rückenpins bekommen ich habe eine rückenpins bekommen schwanz war nicht ab ne na ich glaube nicht guck mal guck mal nochmal hinterm pussy rock nein hi hallo machst du da du machst sogar vierche geräusche wenn ich dich abschieße leaaaaaah so ein zombie tja jetzt me ich dachte schon was hat denn der für eine fleischwunde da auf der brust das ist martross der davor steht mit seinem bogen das sieht aus wie eine fleischwunde vom weiten Was haben wir bekommen? Die Schicksalskarte haben wir bekommen. Oh nein, das ist die Schicksalskarte. Das ist Yu-Gi-Oh. Wir müssen ans Herz der Karten glauben. Okay. Ich habe Jägerang 80. Okay, ich habe Jägerang 81. Verdammt. Immer wenn ich einen hochkomme, geht es dir einen weiter. Das hatte ich aber vorhin schon. Ist dir nur nicht aufgefallen. Du musst mehr Wechsler essen. Das war es mit der Folge Mon-Hun. Ich will die Mega-Meng-Geräusche, die ich meine Katze mache. Gott. Hast du es schon gehört? Anni, du hast die Sounds aus. Nein, ich habe keine Sounds. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich hoffe, es sieht gut aus. Tschüss. Tschüss. Ich sage, es ist immer wieder zu. Nee, einesp Richtung. Ich wünsche mir diese Sachen, guten Tag. Ich wünsche mir Gas die Zeit darin. Sie wissen, welche Tanpa die. Fälle verankt bei einem Grund.